Ja, das geht ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Sauber geklärt. Und die Teamkollegen sind da. Ein herrlicher Pass. Jetzt wird der Torwart erst mal ganz erleichtert durchatmen. Baylor hat wirklich nicht viel Befehls. Topfrag. Und jetzt startet der Kollege durch. Jetzt müsste er über links gehen. Und der Angriff wurde gestoppt. So war es nicht gedacht. Jetzt hat Lionel Messi den Ball. Aguero. Wir wissen das. Das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Guter Job in der Verteidigung. Guter Job. Das muss man nicht loben. Das ist Standard. Das verschreibe ich. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Ja, gut. Aguero. Die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Aber das war eine ganz enge Kiste. Eine ganz enge Kiste. Jungmin Son. Kiesling. Und da bekommt er Unterstützung. Und die Situation ist bereinigt. Jetzt greift er ihn ab. Ja, da hatte er keine vernünftige Option mehr. Deswegen musste er den Ball ins Ausspielen. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Souverän geklärt. Kiesling. 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 Untertitelung des ZDF, 2020